Jaaaaaa Tchuuu Freunde, herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt Zu einem neuen Video, ich bin wieder sehr gut gelaunt Ich hoffe natürlich Ihr da draußen auch, liebe Freunde Ich war wieder beim Friseur, ich bin wieder frisch Ich bin wieder am Start, liebe Freunde Seiten sind wieder gemacht Ich freue mich Meine Koffer stehen immer noch, wie gestern Im Hintergrund, denn Ja, ich bin noch nicht dazu gekommen Auf jeden Fall haben wir heute ein sehr besonderes Video Denn wir reagieren auf Streamer Die sich gegenseitig anbiefen Auf der Gamescom Also eher etwas Unnötiges Aber wir analysieren das Ganze Es wurde natürlich alles gefilmt In der heutigen Zeit wird natürlich direkt das Handy ausgepackt und gefilmt Ist ja klar, deshalb schauen wir rein Lehnt euch zurück, liebe Freunde Macht es euch gemütlich, holt euch bitte leckere Snacks Und was leckeres zu trinken Bei mir gibt es heute was besonderes Leckeres zu trinken Denn ich habe mir aus Brasilien eine Mini-Fanta mitgebracht Aber keine normale, sondern mit dem Geschmack Guaraná Weil Guaraná noch nie getrunken hat, liebe Freunde Hat etwas verpasst im Leben Das ist mein absolutes Lieblingsgetränk Damals schon gewesen Zuckersüß, aber Einfach nur Ein Traum Wir gehen rein ins Video Ohne groß reden Ohne groß schnackeln Rein da Also wir sehen hier Tanzverbot im Weißen Genau Der Richtig gesehen Der im Weißen Sehen wir Tanzverbot Den Rest, den wir hier sehen Alles unzuordnungsbar Außer hier hinten, liebe Freunde Herr Newstime Ja Wir leibt und lebt Die Ereignisse überschlagen sich Die anderen kennen wir nicht Und der Beef Der ist gegen Orange, Morange und Skurros So heißen die beiden Alle Streamer Und die befinden sich gerade auf der linken Seite Und es wird noch etwas eskalieren Jetzt kommt da irgend so ein Mädchen Und geht zu den Leuten, die ihn zurückhalten Und sagt Lasst ihn doch in Ruhe Der Tanzverbot, wie ihr gerade unschwer raushören könnt Schmeißt hier mit den krassesten Beleidigungen um sich Die er so finden kann Man weiß ja nicht, um was es geht Wir haben uns ja jetzt noch keine Statements oder so angeguckt Wir gucken ja gerade einfach trocken das Video an Ich gehe mal davon aus Übrigens, das ist in einer Backstage-Loge So wie das Ganze aussieht Also das wird jetzt nicht direkt neben den Zuschauern sein Glaube ich Kann aber auch sein Ich gehe aber nicht davon aus Jetzt kommt hier Tanzverbots-Stream-Freundin dazu Die zur Zeit viel mit ihm streamt Und versucht ihn auch zurückzuhalten Er macht 20 Tweets, dass alle Schwänze sind Liebe Freunde Das nenne ich Poesie Das ist wie Musik in meinen Ohren Ihr seid Schwänze Ihr seid Schwänze Ihr seid Schwänze Okay Vielleicht ist das doch der Bereich, wo auch Zuschauer sind Weil es sieht irgendwie so aus Als wären da auch Zuschauer irgendwie unterwegs Er soll doch kommen Was willst du denn machen? Ich will gar nichts sehen Er soll kommen Aber erst mal aufhören Wir sind an den Punkt gekommen, wo es eskaliert Orange 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 Wie auch immer man ihn nennt Er ist jetzt zwei, drei Schritte hier auf Tanzverbots zugegangen Und hat ihm sein Ich hoffe Ich hoffe es war nur ein Becher An den Kopf geschmissen Ja Jetzt Ist das Herr Newstime und Mr. Trashpack, liebe Freunde? Ihr seht hier, wie Herr Newstime jetzt weggeschubst wird Warum mischt der sich denn überhaupt ein? Warum mischen die sich überhaupt ein? Wo sind die? Wo kommt der denn her? Ach, da ist Herr Newstime Der zieht Orange im Orange zurück Okay Tja Herr Newstime und Mr. Trashpack mischen sich ein, liebe Freude Und halten hier Leute zurück Mr. Trashpack Einfach, die sind beide so 1,20 Meter gerade geworden Die sind gerade 1,20 Meter geworden Und hier am rumdrücken Es ist schon wieder Montag Hier ist der Flashpack YouTube News mit Mr. Trashpack Jetzt übertreibt er komplett Aber der mit der schwarzen Kappe Scheint hier alles im Griff zu haben Seine Streaming Freundin Schreit nur noch rum Und es eskaliert irgendwie komplett Jetzt hat er seine Streaming Freundin Umgeschmissen Sie liegt jetzt auf dem Boden Irgendjemand hat auch keinen Schuh mehr an Sehe ich gerade Irgendwie fehlt da ein Schuh Scheint, als hätte jemand seinen Schuh verloren Es ist schon wieder Montag Hier ist der Flashback So Schnell wird bereut, liebe Freunde Denn er hat im Eifer des Gefechts seine eigene Ich glaube nicht, dass sie zusammen sind Ich weiß es nicht Wenn, dann habe ich es verpasst Seine eigene Freundin umgestoßen Seine eigene Kollegin Und die liegt jetzt auf dem Boden Aber ich glaube, da ist nichts weiter Schlimmes passiert Herr Newstime eilt natürlich schnell zur Hilfe Hat er dich geschlagen? Nein, du hast mich umgehauen Vielleicht warst du es einfach So Melde dich an, um dein Alter zu bestätigen Um das Video anzugucken Wo Orange Morange sich zu dem Ganzen äußert Wir gehen direkt mal auf Wiedergabegeschwindigkeit 1,5 Ich habe mir so Schichtpunkte aufgeschrieben Und ich arbeite hier einfach so ein bisschen ab Also zu der ganzen Vorgeschichte Mir wurden Tweets zugeschickt von Leuten Ja, wieso hast du getweetet? Tanzt du oder hast du auf dem Klo versteckt? Da hast du ihn provoziert Kein Wunder, dass der so sauer gewesen ist Und ich habe extra die Erklärung direkt unter den Tweet geschrieben Damit keiner das mich missversteht oder so Chat, ich weiß nicht, wer sich daran noch ändern kann Aber auf der TwitchCon, da gab es seinerseits irgendwie diese Aussage Ja, wo waren die denn? Die hatten Angst, weil sonst hätten wir denen ins Gesicht gespuckt Wegen Casino-Streams Die haben sich auf dem Klo versteckt Was nicht der Wahl entsprochen hat Es hat einfach nicht der Wahl entsprochen Er hat einfach ärgern, was auch immer Und deswegen dachte ich so, hey, komm Machst du da so einen kleinen Spruch zurück Natürlich hat er sich nicht auf dem Klo versteckt Aber einfach einen kleinen Spruch zurück Genau, ich habe aufgeschrieben, was hat er tanzt und vorher gemacht Was habe ich vorher gemacht Es gab zahlreiche, also nicht zahlreiche, was aber wie gesagt Die eine oder andere Publikation von seiner Seite aus Man kann Casino-Streams kritisieren Aber ohne zu beleidigen Also genau, da ist die eine oder andere Beleitung gefallen Komm aus der Gamescom Also an dem ersten Tag der Gamescom Da haben wir mit Rowhead und AboGuku gesprochen Das Ganze lief sehr friedlich ab Weil ich habe auch Nachrichten bekommen von Leuten Die sagen, Kevin, du hast ein Aggressionsproblem Und kein Wunder, dass es da nur Stress gibt Aber wir haben tatsächlich ein Tag vorher ganz normal Mit Rowhead die Probleme geklärt Also ich denke, der andere hat diese Diesen kleinen Beef mit Rowhead Sorry, wenn ich einen Namen falsch aussprechen Und mir mitbekommen Und wir denken, hey, Robert, kann man das klären Der hat uns beide die Hand gegeben Das Thema war erledigt Das erste aufeinandertreffen Also ich fange jetzt direkt an Was passiert ist, als wir Tanzabot Also wir wollten hinter diese Wir waren ein Tag vorher auch hinter dieser Halle Diese Halle 8 hinten Ist ja irgendwie so der Treffpunkt der Szene Da chillen alle Da waren wir gestern auch an Fotos gemacht Mit Zuschauern ganz normal Und an dem Tag sind wir wieder da hin Und da haben wir dann ein Tanzabot gesehen So und das allererste aufeinandertreffen Wie gesagt, ich möchte gar nicht sagen Wer schuld ist Oder wer da recht hat Ich sage einfach nur Wie meine Wahrnehmung gewesen ist So wie das jeder macht Ich möchte vorab sagen Newstime Ich wollte das Statement mir anschauen Und da gab es einen Satz Da habe ich noch viel abgeschaltet Newstime Extrem parteiisch Und hat Ich will nicht sagen, jetzt gelogen Aber er hat so viel weggelassen Aber ich kann es mir nicht übernehmen Weil ich glaube, die sind alle sehr befreundet Also, wir haben ein Tanzabot Ich möchte das Ganze runterbrattern Wir haben ein Tanzabot gesehen Und er kam direkt Er hat erst gelacht Und ich dachte so Okay, das wird alles irgendwie ganz normal Aber er war direkt Face to face Auf zwei Zentimeter Ich hoffe, ihr versteht das Wenn jemand direkt so nah vor deinem Gesicht steht Also er stand nicht vor meinem Gesicht Aber er stand so nah vor Theo sein Gesicht Und die beiden waren direkt Direkt Argo Also Tanzabot kam schon Wie so ein Bodybuilder gefühlt Auf Theo zu Standseck vor dem Und dann ging es da auch direkt los Deiner hat das gesagt Also am Ende des Tages Liebe Freunde Ich möchte euch mal ganz kurz anhalten Am Ende des Tages wird kritisiert Der, der hier gerade redet Und der andere Dieser Skurros Den man in dem ganzen Video nicht gesehen hat Vorhin, die machen Casino-Streams Und Casino-Streams werden Sehr hart kritisiert in Deutschland Weil das einfach junge Leute dazu vermittelt Selber Geld in Online-Casinos einzuzahlen Und zu zocken Folge Man wird spielsüchtig Höchstwahrscheinlich Geht relativ schnell bei sowas Das wurde kritisiert Das ist aber nicht alles Also nicht das alleine Sondern er Dieser Orange Morange Der gerade redet Und dieser Skurros Haben dann auch noch Anscheinend immer Relativ viele Provokante Tweets Fallen gelassen Mal hier Mal da Mal dort Mal jenes Und das Ganze Hat dann auch noch Für Unsympathie Gesorgt In dem ganzen Game Ist aber nicht Mein Bereich Nicht mein Thema Twitter bin ich tatsächlich Gar nicht unterwegs Aber liebe Freunde So eine halbe Boxerei Auf der Gamescom Das ist dann schon irgendwie So Richtung Instanews Thema Ich kann gerade nicht Den genauen wortlaut wiedergeben Ich weiß aber nur Dass er Also ich fand erst mal daneben Und es fiel Von Ich glaube die erste Beleidigung Meines Wissens nach Kam von Tanzverbot Weil ging es einmal Um die Um diesen Tweet Warum ich gesagt Der hat sich am Klo Versteckt Und ich sehe das auch gesagt Und wie saßt du gelogen Und dann kam irgendeine Abfällige Bemerkung von ihm Und da habe ich dann gesagt Haltsmaul Du fette Sau Die Tiere Haltsmaul Auf eine Beleidigung Von ihm kommt mir Zurück Das war nicht cool Da hätte ich ruhiger Bleiben können Aber ich bin niemand Also das Ding ist Wenn man sich normal unterhält Dann finde ich Ist das anders Als wenn da schon So eine aggressive Grundstimmung Ist ne Das ist auch gegangen Also Theo und Er haben es mal weiter Diskutiert Und sich angemotzt Und waren beide Aggressiv Ich bin erst noch zu meiner Vorhin gegangen Zurück Weil ich gemerkt habe Bruder Das ist ja Das ganze Ist mir zu aggressiv Ich hatte auch schon Ein bisschen Herzpumpen Weil das haben wir Das am Kopf Großartig Der wiegt 50-60 Kilo Mehr als ich Hatte keinen Bock auf Stress Bin dann zurückgegangen Zu kommen Mit dem kannst du nicht reden Lassen wir das einfach Währenddessen hat er mehrmals Aufgefordert herzukommen Aber ich bin einfach gegangen Was die beiden dann geredet haben Theo und Tanzerbot In dieser Zeit Weiß ich nicht Ich habe meine Freunde Keine Ahnung Da die beiden sich Wenn wir weiter gestritten haben Wollte ich auch jetzt nicht Mein Kollegen Theo Und mir allein lassen Weil ich hätte auch ausatmen können Also dort ist Ich werde es ausgeartet Vor mir Und sagte mir Ich zitiere Ich weiß nicht mehr ganz genau Aber es ging in die Richtung Ob wir jetzt Angst hätten Weil er nicht die Ich zitiere Typische YouTuber Schwuchtel wäre Er meinte das in dem Moment So ein auf Im echten Leben Hatte keine Angst vor uns Das was er sagt Sagt er uns auch im echten Leben Dann gab es eine kleine Diskussion Bei der Seite Ich kann nicht Ein genauen Wortlaut sagen Ich weiß nur Dass ich dann wiedergegangen bin Und Theo hat dann Lautstark gesagt Ah sogar YouTuber Schwuchtel sagen Da erinnere ich mich noch Genau Ich bin weg In Richtung Schäden gegangen Wollte dann wieder gehen In diesem Zeitraum Haben die sich noch mehr geschnitten Ich glaube dann kam auch überall Mehr Leute Und da fangen dann auch Ungefähr die Videos an Ungefähr In dem Moment fangen auch die Videos an Die ganzen Beleidigungen Da wo die Videos anfangen Da seht ihr ja Selber das Tanzbuch Sehr viel beleidigt hat Und das war auch vorher der Fall Also paar Sekunden gerade vorher Was jetzt kommt Und wie in den Videos gesehen habt Ist ja dann Tasty Denn ihr wisst Wer Tasty ist Ist zu Tanzbuch gegangen Wollte mit ihm reden Und ich war bereits In dieser Szene gar nicht mehr zu sehen Das werdet auch in Videos auch sehen Ich war bereits Bei Schäden weil ich dann zum zweiten Gleiter kann das einfach gehen Aber ich wollte auch einfach Dann niemand allein lassen Und ich habe gar nicht gesehen Dass Tasty da irgendwie Den Arm so gemacht hat Oder habe ich ja später alles in den Videos gesehen Was ich in dem Moment aber gesehen habe Ist dass diese Dieses Mädel Ich glaube es ist die Managerin Von Tanzabot Oder die Freundin Also eine Freundin von Tanzabot Die ist auch meiner Meinung nach Die Auslöserin gewesen Des Ganzen Grüße gehen raus Die war super aggressiv Also das war echt Also die war echt überhaupt Also die aller mehr versucht Irgendwie zu entschärfen Aber die war super aggressiv Ich sehe Wie die auf den Arm von Tasty Bam 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 Und Leute Ich bin keiner der Klar Das ist jetzt mal blöd Wenn man die ganzen Videos Ich bin keiner der irgendwie Für Gewalt ist Ich bin dann direkt dahin Das hält ihr auch Es kann auch ein Video sehen Und hab halt so gemacht So ein Auflass in den Ruhe Hatte mich überhaupt Auf dem Arm Ich weiß nicht mehr Ich habe keine Ahnung Das ist auch nicht relevant Aber was dann direkt passiert ist Wo ich der Zwischengang bin Ist Ihr habt es in den Videos gesehen In diesen wenigen Sekunden Aus Tanzabot seiner Sicht Glaube ich Dass er dachte ich hätte Die wie angriffen oder so Aber schaut euch einfach die Videos an Und das weiß auch jeder Der dabei stand Ich glaube Fußgut haben wir zusammen Oder ich habe diesmal Nicht weggeschubst Oder geschlagen In diesen wenigen Sekunden Ich glaube das Jetzt angriffen wollte Exer angespuckt hat Vielleicht ist es auch einfach Aus der Aggression Irgendwie passiert oder so Aber Es gibt Leute die sagen In dem Video sieht man die Spucke Bro das sind Handyvideos Auf 5 Meter Es gibt Augenzeugen Bro Die tatsächlich die Spucke In meinem Gesicht gesehen haben Da war so ein Typ Der hat Augenstatement gemacht Mit so einer Käppi Kann den gar nicht Irgendein Zuschauer Ich meinte direkt zu ihm So ey hab ich hier Spucke Also hab ich hier Spucke Im Gesicht Und er hat ein Ja gesagt Also das sieht man auch Wie ich da irgendwie so stehe Und irgendwie so mache Mit so einem Foto Shane hat mir die Spucke auch weggewischt Es gibt noch einen anderen Zuschauer Falls du das siehst Meld dich gerne Der stammt dann später Weil das erklärt sich mit uns Ja Allgemein Also ich muss sagen Oberflächlicher Eindruck Ohne dass ich weiß Wer hier im Recht ist Bezüglich Casinos Streams und Beef Und online Und was weiß ich Oder nicht Oberflächliches Statement Benimmt sich Tanzverbot Vor allem auf dem Video Sehr daneben Sehr vulgär Über der Gültlinie Alle versuchen ihn zurückzuhalten Alle versuchen ruhig zu machen Dann kommen seine Kollegin da Die ihm auf den Arm schlägt Das ist auch eine Sache Die man im Video sieht Alles andere sieht man nicht wirklich Dann Spucke Dann Becher werfen Was da sonst noch Zwischendrin Hin und her geredet wurde Ich glaube beide Parteien Haben sich nicht gerade Feinfühlig verhalten Aber wenn man Nicht mit einer Person Reden kann Dann ist das Beste Was man machen kann Einfach umzudrehen Und zu gehen Punkt aus Fertig Meide eine Person Wenn sie nicht mit sich reden lässt Ganz einfache Sache Ey du hast hier noch was Kannst gerne melden So und was hab ich dann gemacht Ich hab dann Da bin ich ehrlich Also der klügere Weg wäre gewesen Einfach wegzugehen Im Nachhinein Leute Da stimme ich jedem zu Der sagt ja warum ist nicht der Klügel gewesen Warum bist du nicht gegangen Aber in dem Moment Gerne 1 Ich hätte mir das nachvollziehen können Also ich war noch nicht Insoziation Das Tanzbuch Das Kopf größer als ich Unterliegt auch einiges mehr als ich Der war super Abo gewesen Die ganze Zeit Und natürlich ist man unter Adrenalin und Stress Und vor allem dieser In diesen wenigen Sekunden Wo du angespuckt wirst Und geschubst wirst Da hast du keine Zeit Das zu analysieren Ja okay Was mache ich jetzt Ich habe Laura Zu diesem Zeitpunkt nicht gesehen Also Laura ist relativ klein Ich habe nur Tanzbuch Fokussiert Und ich habe nur ihn gesehen Wie alles tief zurückhalten wird Und mich schubst Und mich anspuckt Und da habe ich nicht Dann gedacht Ein auf Ich wurde extrem sauer Natürlich Wollte mich in dem Moment Verteidigen Also habe ich Ich weiß gar nicht Wie er auf Glasfasche gekommen Sind Man hört in dem Video Wie die Glasfasche umkippt Im Hintergrund Aber hat keine Das hätte ich niemals In der Glasfasche Irgendwie angeworfen Oder so Also der Pool Plastikfächer Wo ich halt Meine Ruhe getrunken habe Habe ich dann so genommen Und wollte es aufgeschmeißen Ich habe mich getroffen In diesem Video Sieht man auch Wie ich tatsächlich Mit dem Unterarm Hier auf Lola komme Das tut man Also ich habe auch schon geschrieben Direkt danach Aber es tut man noch mal Offiziell hier Extrem leid In dem Moment Irgendwie gewusst hätte Also dass da Lola noch Vor mir steht Und ich die Treffen hätte können Hätte ich das nicht gemacht Aber wie gesagt Ich war auf Tanzbuch Fokussiert Man blende einfach alles aus Können vielleicht Leute Nicht richtig nachvollziehen Aber ich habe tatsächlich Nicht realisiert Lola ist Weiß ich 1,60 oder so Wenn über Kopfkurser Als die Habe ich einfach nicht gesehen Mit der rechten Hand Wollte ich ihnen Und hier ging zum Glück Glaube ich ins Leere Bei Newstime An der Stelle Bin ich ihm sehr dankbar Newstime Das hast du alles Sehr richtig gemacht Mich nach hinten gezogen hat Muss ich wirklich sagen Kleinen Club in den Chat Das Step von Newstime Kann ich sagen Sehr viel falsch Hat vieles glaube ich nicht gesehen Hat nicht mehr wen Das hat mich geschubst Hat aber in der sich In dem Moment Hat wirklich alles richtig gemacht Und ich bin ihm sehr dankbar Dass er mich zurückgezogen hat Wer weiß wen ich da Sonst noch getroffen hätte Als ich dann da stand Habe ich natürlich gesehen Liebe Freunde allgemein Sorry aber Ist allgemein ein bisschen Wie soll man sagen Fehler am Platz Gewalt anzuwenden So oder so Egal in welcher Situation Egal wo Egal wie Egal wann Geht Gewalt aus dem Weg Und wendet keine Gewalt an Was sich nicht mit Worten Lösen lässt Abstand nehmen Fertig So dass alles andere Das Kindergarten Alles andere Bullshit Also wirklich Das ist einfach Das ist Ich glaube auch So ein kleiner Ein kleiner Rückfall Für die Twitch Szene So es ist ein bisschen Ein Ticken unangenehm So Real Talk Wie Lola sich am Kopf gehalten hat Und ich direkt so Ey Habe ich dich getroffen Habe ich dich getroffen Wollte mich natürlich Direkt bei ihr entschuldigen Aber das ging in dem Moment nicht Ich habe viele Nachrichten bekommen Wieso bist du nicht zu ihr hingegangen Wenn ich zu ihr hingegangen wäre Glaub ich Wäre das in einer richtigen Schlägerei Geendet Weil Tanzebot da Komplett die Kontrolle verloren hat Das Einzige Leute haben mich zurückgehalten Und so weiter und so fort Ich bin dann auf Instagram geschrieben Auch wir das gleich klären können Lass uns gerne gleich reden So ich ne Ich gehe mal konnogisch weiter runter Genau Also wir haben gesagt Warum bist du nicht zu ihr gegangen Und ich habe die junge Du hast die Kontrolle verloren Wie gesagt Wurde angesprochen und geschubst Ich wollte mich einfach verteidigen Später standen wir dann Zehn Meter weiter weg An dem Rettbohrstand Also sie sind Es gab so Gerüchte Wir werden abgehauen oder so Wir standen da ganz normal Weißt du Und dann kam die Security Und direkt wurde gesagt Ja was da passiert Und so weiter und so fort Wir haben das dann Das Security gesagt Was genau vorgefallen ist Und damit war das Tatsächlich erstmal Das Thema Und noch Stichpunkte aufgeschrieben Was viele auf Twitter geschrieben haben Muss man ganz klar sagen Ich bin es extrem uncool Was da für Falschverhalten Verbreitet worden sind Da wurde zum Beispiel geschrieben Ich habe an der Glasflasche Eine Frau geschlagen Kommen wir zum Thema Frauenschläger Kommen wir zum Frauen Zum Thema Frauenschläger Ich habe das Gefühl gehabt Dass gerade auf Twitter Als Hans hat eine deutlich größere Fanbase Und gerade bei dieser ganzen Casino-Thematik Öl Casino-Thema Eins Wörteres Gefühl hat Zwei wenig Ist das Gefühl Gut Über Frauenschläger brauchen wir nicht reden Weil das Also stimmt nicht Hat nichts mit dem Thema zu tun Wird er sich jetzt nur die ganze Zeit rausreden Und Gehe ich auch nicht davon aus Dass da Irgendwas Irgendwo Irgendein Fall Bei ihm vorgekommen ist Aber jetzt hier Irgendwelche Keine Ahnung Falschwahrheiten Die einfach geschrieben werden Um jemanden runterzumachen Einzugehen Macht jetzt auch keinen Sinn Liebe Freunde Das ist auf jeden Fall die Thematik So all in all Grob zusammengefasst Doppel Peace Hier ist wieder Tanz im Boot Und ich heiße euch recht herzlich willkommen Ich befinde mich hier gerade In der Creator Lounge Weil ich mich aus diversen Gründen Hier verstecken muss Hi Erstmal Grüße an euch alle Und ich würde jetzt gerne Erstmal meinen Chat ausmachen Ich habe keine Ahnung Ob ich wirklich Bock habe Auch rauszugehen Weil es ist halt Ultimativ anstrengend Nicht weil ich Angst habe Dass irgendwas passiert Aber es ist einfach wirklich Alle die mit mir rumlaufen Die können das ja bestätigen Ich bin halt einfach Ein absoluter Superstar Und deswegen Alles gut Aber es ist halt Die Games kommen Und hier sind halt konzentriert Hier ist konzentriert Die ganze Elite Tanzen wir lieben dich Einzige ehrliche Haut Nein ich bin nicht der einzig ehrliche Aber ich bin ehrlich Einer der wenigen Überbleibende Ich bin bestimmt kein perfekter Mensch Das soll hier keiner denken Ich habe auch meine Fehler So Aggressionsprobleme Ganz bestimmt 100% Aber es gibt halt auch manchmal Manchmal führen halt Provokationen dazu So wenn es halt Leute gibt Im Internet Die halt fünfmal schreiben Dass alle deutsche Creator Schwänze sind Und ich mich auf dem Klo verstecke Und man die ganze Zeit Irgendwie nur dreist Irgendwas umprabbelt Und dann will man jemanden Zur Rede stellen Und dann wird es aggressiv So dann Und der Der Einzelne Der eigentlich Okay aber er hat gerade schon mal Kurz und knapp zusammengefasst Kurz und knapp Die Tweets Wo sie sagen Dass alle Creator Schwänze sind Plus dieses Auf Klo verstecken Das ist das Was Tanzi Mäßig angeheizt hat Die beiden zur Rede zu stellen Und dann ist es hitzig geworden Die Person die dann Die ganze Zeit einen Affen gemacht hat Und dann auf einmal In der wirklichen Eskalation Irgendwo acht Meter hinten steht Und von hinten irgendwie so rumbrüllt So weit weg ist Dass man fast gar nicht hört Was er sagt Das ist halt Naja Was soll ich dazu sagen So mit Alice Guck mal mit Alice Habe ich auch überhaupt Gar kein Problem Da habe ich gar kein Problem Der hat einfach nur seine Sache gemacht Das Einzige was ich nicht verstehe Ist dass er halt nur Er hat halt nur in eine Richtung Versucht zu schlichten Ich werde von hinten die ganze Zeit Weiter beleidigt Und der hält mich halt ab Damit die halt weiter beleidigen können Sorry Ey Tanzverbot hat die gleiche Kette an Wie ich Glaube ich Sehe ich gerade so Im Blickwinkel Er hat nichts gemacht Er hat ja alles gut Er ist glaube ich Mehr oder weniger Auch der Grund dafür Warum das nicht komplett eskaliert Das ist ja einfach so Weißt du Wenn der nicht davor gewesen wäre Wer wäre das schon Als der dich dann so festgehalten hat Das ist ja genau Das ist dieser Kämpfer Der ist auch ein cooler Kein Problem Er hat mich auch mal gehorst Die Creator-Lounge sieht richtig geil aus Richtig groß Ich war ihm dankbar dafür Und sowas Aber das Natürlich ist ja vielleicht Auch ein bisschen partei Weil das sind seine Freunde Und wir kennen uns halt nicht So keine Ahnung Aber er hält mich halt da Und Skoro und Orange Und beleidigen mich weiter Von hinten So das war halt sinnlos Ich würde das Ganze hier auch nicht Du hast angefangen Ihr habt doch alle gar keine Ahnung Ihr habt den Ihr habt einen Video-Ausschnitt gesehen Ihr habt doch gar keine Ahnung Wie die ganze Situation entstanden ist Was für du hast angefangen Guckst dir irgendein Video Auf TikTok an Und denkst du Wer ist dabei gewesen Breakout-Rooms Crash bist du wieder Seid ihr hier Seid ihr auf der Seid ihr auf der Gamescom Komm bitte in die Creator-Lounge Okay Ich verstehe was er meint Ungerechte Situationen Will man Will man drüber diskutieren Will man drüber reden Aber die Art und Weise Wie verbal er da geworden ist Ist unpassend Einfach unpassend War kein Wunder Dass die Situation eskaliert Von der anderen Seite Wahrscheinlich genauso Feuer mit reingetan Also von beiden Seiten Einfach unnötig Liebe Freunde Am Ende des Tages Von beiden Seiten Überhitzt 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 trifft es gut Überhitzt Sagen wir Von beiden Seiten Überhitzt Das war's mit dem Video Schaut euch gerne Die Statements zu dem ganzen Thema an Falls es euch weiter interessiert Und ansonsten würde ich sagen Sehen wir uns morgen wieder Beim neuen Video Liebe Freunde Abonniert den Kanal Aktiviert die Glocke Um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben Und bis dahin Haut rein Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal